FCM Fan Session wird präsentiert von der beliebten Semphos City Fan Card. Einer Karte mit zahlreichen Vorteilen und der Flugschule Ikaus in Magdeburg. Heute ist der Christian Beck abgekommen, der nun leider beim BFC spielt. Und jetzt haben wir unser eigenes Banner hinten auf der Rückseite gemacht. Und hoffen, dass wir jetzt damit noch ein kleines I-Pünktchen setzen. Eigentlich war es ja mal so gedacht, dass da Marius drauf kommt. Aber das hätte ja nun leider alles nicht geworden, weil er ja aufgehört hat. Aber für Marius heben wir uns noch was auf, weil ich ja der eigentliche Marius Fan bin. Und da kriegen wir noch später was hin und dann werden wir mal sehen, wenn der Anhänger kommt, wie wir das machen. Ich hoffe, dass er dann vorbeikommt oder wir hier hinfahren und dann machen wir was zusammen. Dann wird uns schon noch was einfallen. Also mit der Schrift, das habe ich jetzt so gemacht, dass wir im Prinzip mit den Buchstaben nicht in dem Türspalt sind. Weil wir dann halt das Problem haben, dass die Buchstaben, wenn man die anklebt, das sieht halt nicht schön aus. So haben wir hier nachher die Trennung, wo die Türen sind und die Buchstaben sind hier getrennt. Ja, so dass du es auch durchweg lesen kannst, oder? Ja, das ist auch durchweg, genau, das ist der Grund. Ja, ist das nicht unterbrochen, was ja wichtig ist, Block 8. Genau, das ist ja wichtig, was ja wichtig ist, weil ich die Werbeband gebaut habe. Das war eine gute Zeit, das muss ich ganz ehrlich sagen. Da war das Ernst-Grube-Stadion damals. Da habe ich damals immer die Werbeband gebaut. Und dann kamen die immer zu mir nach Hause, Michael, du musst kommen, alles wieder aufbauen. Und dann habe ich bei jedem Spiel, bei jedem Heimspiel immer die ganze Werbung aufgebaut, die außen immer stand. Und dann werde ich nie vergessen, das Spiel hier in Bayern München, das Pokalspiel. Nie hat mir einer geholfen beim Aufbauen. Achso, und da waren sie alle da. Wir ziehen das los, hier in Bayern, mein Telefon zu Hause, Michael, nimm uns mit drin, nimm uns mit drin, wir kriegen keine Karten. Wir bauen dir alles, du musst nichts machen. Und da habe ich gesagt, nee. Das war damals der Kracher. Das Beste war, ich habe noch ein Bild. Miroslav Drescher hält den Elfmeter von Giovanni Elber. Achso. Da liegt der quer in der Luft und der Ball kurz bevor er an seinen Händen ist. Achso. Hast du selber fotografiert, oder? Ich habe selber fotografiert, hinter dem Tor. Ich stand doch hinter dem Tor. Ich stand doch hinter dem Tor. Und da habe ich das fotografiert. Meinem Kumpel war ich damals da. Das war der Hammer. Auf mein Haus immer aufgepasst. Das war der Hammer. Alle haben gedacht, die kommen zum FCM. Und zack, 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 zack. Können sie da wieder nach Hause fahren. Weil sie gewonnen haben. Und dann kam es ganz anders. Für alle. Ich habe mir letztens das mal auf YouTube angeguckt. Hast du das mal gesehen mit diesen Trikots? Wie groß die alle damals waren? Und wie das ausgesehen hat. Also. Das sind schon ein paar Jahre ja. Eigentlich so lange nicht. Aber das ist so komisch aus, ja. Jetzt bin ich alle drei Nummern zu groß geworden. Das passt nicht. Müssen wir da drüber, oder? Oder da. Rechts oder links? Was sagst du? Nee. Rechts denn, oder? Rechts. Hier? Ja. Bist du sicher? Ja, sicher. Ganz sicher? Wo willst du es sonst dran machen? Wir können den ganz großen drauf machen aufs Dach. Was hältst du denn davon? Nein. Nein. Also, deswegen haben wir jetzt eine kleine gemacht, Bernd, oder? Hier? Nach dran. Los, komm her. Du musst es sauber machen. Du putzt. Warte, warte, warte. Schön wischen. Komm, wir das an eine Stelle. Da ist es. Warte. Oh. Was ist denn der gemacht? Ich habe nichts hier. Ach, da siehst du einfach das. Ist doch sauber. Hier geht es doch. Und jetzt so, oder? Ja. So. So, ja. Hier so auf der Kante. Du musst jetzt gleich putzen, Bernd. Ach, putzen. Wenn du richtig drauf reiben. Komm her. Oh, schön. Zack. So. Jetzt aber schön gerade. Ja, nun guck. Ja. Ja. Guck von hinten. Du sagst immer ja, wenn ich was sage. Passt das so? Das ist sicher. Der ist doch schief, oder nicht? Das ist nicht schief. Klar ist der schief. Das ist sicher von hier, Bernd. So, jetzt darfst du. Weite deines Amtes. Gib dir Mühe. Weite deines Amtes. Gut. Reim, 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 reim. Mach her, keine Nasen rin. Gut. Nein. Doch, hier ist einer. Gib her. Ah, du bist nicht. Geh mal her. Gut, passt's, oder? Schick. Ja, mehr wie schick. So wird's. Block 8. Wer einen haben will, meldet sich bei mir. FCM-Fan-Session wurde präsentiert von der beliebten Sampho City-Fan-Card. Einer Karte mit zahlreichen Vorteilen und der Flugschule Icarus in Magdeburg.